Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Megalopolis. Und bevor ihr euch diese Besprechung jetzt anhört, kann ich euch eine Empfehlung machen. Wie wäre es mit einem leckeren Wein? Wie zum Beispiel den Rosso Bianco von Francis Ford Coppola's Winery, der laut Weine.de Kirsche, Pflaumen, Nelke, Muskat mit etwas Tabak und Leder beinhaltet, also geschmacklich und dazu gesegnet ist mit einer Feintextur und einem langen Abgang. Dominik, hast du nicht ein bisschen Lust auf ein bisschen leckeren Wein? Ja, insbesondere bei diesem Film, wobei ich mir die Frage stelle, macht es mehr Sinn, die Weinproben vor der Vorstellung zu verteilen oder nach der Vorstellung? Aber hallo. Das ist eine gute Frage. Warum ich dieses nette Intro gewählt habe mit dem Wein, ist, weil den Film, den wir heute besprechen, Megalopolis, wenn man so will, ja, mitfinanziert wurde von Francis Ford Coppola's Weingütern, die er ja nicht alle, aber einige wohl veräußert hat, um diesen Film zu finanzieren. Denn, Überraschung, die großen Filmstudios, auch die kleinen Filmstudios wollten diesen Film, der ja, glaube ich, schon seit Jahrzehnten den Kopf oder das Kopf herumgespuckt hat, nicht finanzieren. Und, Dominik, wir beide konnten den Film, der ja seine Premiere, glaube ich, in Cannes gefeiert hatte, jetzt auch schon sehen. Und ich sage ehrlich, wenn ich ein Studioboss wäre, ja, ich glaube, ich hätte mein Geld auch nicht hergegeben. Und du? Ach, was. Äh, ja, eher nicht. Oder auf jeden Fall sehr, sehr viel weniger, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wahrscheinlich war sogar noch mehr angedacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Film in der jetzigen Form auch darunter zu leiden hat, dass es nicht mehr geworden ist. Lionsgate bringt den Film in den USA in die Kinos. Und in Deutschland hat sich Konstantin Film diesen, ja, den Film geschnappt, der ja durchaus, wenn man so sagen will, ein Prestigetitel ist, der dann am 26. September in den Kinos in Deutschland dann zu sehen sein wird. Ich bin sehr gespannt, ob der wirklich breitfläßig, breitflächig läuft oder ob das so eine Art kleinerer Release wird. Denn dazu werden wir dann gleich kommen. Ich wollte schon sagen, der läuft unter der Kategorie Special Interest, oder? Ja, definitiv. Also, Francis Ford Coppola ist ja auch ein Regisseur, ein sehr wechselhafter Regisseur. Also, klar, er ist natürlich legendär für seine Departee-Trilogie, auch wenn viele den dritten Teil gerne ausblenden. Äh, Apocalypse Now. Und ja, und dann so in den 90ern ging es so ein wenig bergab. Und ich hatte mal vor der Pressevorführung, die wir besucht haben, hatte ich mal mit Kollegen geguckt, ja, was war eigentlich so sein letzter Film, der wirklich mal Beachtung fand? Und ich bin da hängen geblieben, tatsächlich bei Jugend ohne Jugend aus dem Jahr 2007. Er hat dann zwischen dem hier und dem, also zwischen Jugend ohne Jugend und Megalopolis hat er zwar auch noch andere Sachen gemacht, aber die gingen sehr, sehr unter, würde ich sagen. Und Francis Ford Coppola hat ja inzwischen auch ein stolzes Alter von 85 Jahren erreicht. Und will ja angeblich, also er scheint ja angeblich schon am neuen Projekt zu sitzen, aber die Wahrscheinlichkeit könnte hoch sein, dass das hier sein letzter Film ist. Und es ist ja auch wirklich, wie du schon meintest, ein Herzensprojekt. Also er soll wirklich schon, hatte ich jetzt auch gelesen, Lawrence Fishburne hat das in einem Interview erzählt, dass Coppola bereits beim Dreh von Apocalypse Now hiervon herumgesponnen haben soll. Und wenn man dann überlegt, wie lange das her ist und wie lange es dann jetzt, ja, zur Vollendung dieses Herzensprojekt, dieses Traums gedauert hat, ist das schon für sich genommen bemerkenswert. Also das war ja wirklich so, ich weiß nicht, hattest du mal so zwischendurch mit den Jahren mal irgendwie was davon gehört? Oder weil eine Zeit lang war es mal so auf der Agenda und dann hörtest du jahrelang nichts? Ja, es war definitiv ein Filmprojekt, meine ich, wo er wirklich auch schon jahrelang drüber philosophiert hat. Und es war immer wieder so, ja, nicht spruchreif, aber es geisterte dieser Titel Megalopolis und Francis Ford Coppola, das war schon so, was so in der Landschaft umhergeisterte. Du hast jetzt gesagt, Jugend ohne Jugend, der letzte Coppola-Film, der Aufmerksamkeit generiert hat. Ich habe mich mit dem Kollegen Danny von Cinema Strikes Back auf dem Weg zur BV in der S-Bahn darüber unterhalten, was war denn der letzte Film von Coppola, der gut war. Und da musste man tatsächlich dann auch noch ein bisschen länger ausholen. Ich dachte zuerst, okay, war es sein Dracula, den ich ja wirklich fantastisch finde. Aber nein, ich würde noch sagen, ich glaube, der letzte wirklich gute Francis Ford Coppola ist aus meiner Perspektive die John Grishamper-Film der Regenmacher mit Matt Damon und Danny DeVito, die jetzt aber, glaube ich, auch schon 25-Jährchen, vielleicht sogar 30 auf dem Kerbholz hat. Was ist der letzte Film von Coppola, den du gesehen hast und wo du sagst, den kann man sich nur angucken? Weil seine letzten Werke, muss ich ehrlich sagen, die, finde ich, gehören nicht zu der Kategorie, muss man sehen. Ja, ich mag seinen Dracula tatsächlich auch sehr gerne. Ich habe den auch letztes Jahr noch mal, glaube ich, irgendwo gesehen. Ich glaube, der war in der ZDF-Mediathek. Und ja, den mögen ja viele auch nicht. Und der hat auch durchaus so seine Eigenheiten, sage ich mal. Aber ich mag den trotzdem ganz gerne. Also, das war aber eher auch schon so eine Auftragsarbeit, ähnlich dann auch wie der Regenmacher. Weil er hatte sich ja zwischendurch auch finanziell wirklich ordentlich verfahren, hieß es. Und ja, dennoch ist er bekannt dafür, dass er, ja, seine Karriere überhaupt dadurch weiter treiben kann, oder schon immer konnte, dass er eben Privatier ist und Filme eigentlich nur so just for fun dreht. Ja, also, das vergessen wirklich viele, weil es ja immer so die Legende ist von Coppola, der sich für seine Filme verausgabt. Und das stimmt ja auch. Also, zum Beispiel Apple Clips Nausea, ein ideales Beispiel. Da kann man nur empfehlen, guckt euch die Dokumentation Heart of Darkness von seiner Ehefrau an, die ja wirklich leider kurz vor dem Release von Megalopus verstorben ist. Aber man darf halt wirklich nicht vergessen, der Mann hat in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten filmisch jetzt keine großen Sprünge mehr gemacht. Aber der ist halt wirklich nicht arm. Der hat wirklich mit Weingütern und mit Tourismus und, ja, du hast schon gesagt Privatier, ich glaube, der hat auch ein paar Hotels oder so, der ist nicht arm. Und der ist auch nach den 120 Millionen, die er jetzt für Megalopoulos ausgegeben hat, immer noch nicht arm. Das darf man nicht vergessen. Dazu, seine Kinder, Sophia und Roman, sind selbst erfolgreich im Filmbusiness tätig, als Regisseurin, beziehungsweise als Produzent und als Autor. Es ist jetzt, also, ich hatte so eine Zeit lang das Gefühl, dass so ein bisschen der Mythos aufgebaut wird, dass Coppola jetzt für diesen Film sein letztes Hemd gibt. Da kann man sagen, er hat wirklich viel gegeben. Aber glaubt uns bitte, dem Mann geht es immer noch gut, abgesehen natürlich davon, dass er jetzt seit ein paar Wochen bedauerlicherweise Witwer ist. Ja. Jetzt haben wir uns so ein bisschen dem Thema Megalopoulos angenähert. Und es ist kein einfacher Film. Ich glaube, es ist auch kein einfacher Film, überhaupt zu beschreiben, worum es da geht. Aber Dominik, wage dich doch mal in die Höhle des Löwen. Stell dir mal vor, ich bin jetzt jemand, der komplett ahnungslos ist. Ich sehe nur das Poster mit einem Adam Driver, der da in goldener Gänze steht. Und darunter steht Megalopoulos, eine Fabel. Was erwartet mich denn, wenn ich am 26. September ins Kino gehe und mir Megalopoulos anschaue? Ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß und lese die offizielle Inhaltsangabe vor, oder? Und wenn wir danach dann auch immer noch nicht schlauer sind, wir haben ja noch den Rest des Podcasts. Macht, Geld und Gier sind der Niedergang der Menschheit. Das zeigt ein Blick in die Geschichte und auch auf New Rome. Einst schillernde Metropole, heute ein Moloch der Korruption mit den nur noch im Rückspiegel erkennbaren besten Zeiten. Die prunkvolle Architektur zerfällt immer mehr und mehr. Der Untergang New Romes scheint unausweichlich und nur noch eine Frage der Zeit. Doch damit will sich Caesar Catelyn nicht abfinden. Der Künstler, Nobelpreis gekrönter Erfinder und Visionär hat nicht nur einen Traum, sondern auch einen tatsächlichen Plan wie New Rome wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte. Wem das gar nicht passt, ist Bürgermeister Franklin Cicero. Veränderung und Fortschritt würden an seinem Thron kratzen. Er will jedoch um jeden Preis am Status Quo, also seiner Macht und seinem Reichtum festhalten. Doch ausgerechnet seine Tochter Julia scheint als dessen Geliebte an der Seite Caesars zu stehen. Ein erbitterter Kampf um Macht, Zukunft und natürlich die Liebe entbrennt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wenn ich wirklich von Megaloplus keine Ahnung hätte, würde ich jetzt immer noch keine Ahnung haben. Da hat die Office of the Synopsis jetzt wirklich nicht viel dran geändert. Ja. Und ich sage es vorweg, als der Film aus war, kam ich nicht wirklich schlauer aus dem Kino heraus. Das kann ich ja auch nochmal sagen. Ja. Man muss ja auch, also der Film wurde ja schon relativ gespalten aufgenommen nach seiner Premiere in Cannes. Es gab die einen Stimmen, die ihn sehr kaufiert haben. Es gab die anderen, die sahen ihn eher kritisch. Was ich dem Film auf jeden Fall jetzt schon zugute heißen, also zugutschreiben möchte, ist, es ist ein besonderer Film. Das merkst du in ganz vielen Aspekten. Ich sage nicht, dass das gelungen ist. Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage nicht, dass es sehenswert ist. Aber es ist ein besonderer Film. Du merkst nämlich von der ersten Minute an, dass Coppola hier niemanden irgendetwas, nicht beweisen musste, aber niemanden irgendwie, Anbietern. Sagt man, Anbietern musste. Dankeschön. Du merkst, dass er sein Geld genommen hat und damit das gedreht hat, was er drehen wollte, was er für gut hielt, was er für richtig hielt, was er für, ja, für einfach nur Megalopolis hielt. Das Ergebnis können wir uns jetzt sehen. Es geht 138 Minuten. Ich sage gleich vorweg, es fühlt sich ein Vielfachheit länger an, aber dazu werden wir wahrscheinlich gleich kommen. Ja. Dominik, sei ehrlich, als der Film aus war und du das erste Mal aus dem Kinosaal rauskamst in Sonnenlicht, was waren die Gefühle, die durch deinen Geist gingen? Warst du froh, dass es vorbei war? Warst du angeregt? Hast du bereits darüber nachsinniert, was könnte das bedeuten, was könnte dies bedeuten? Oder warst du erst mal erschlagen davon, was der Francis Ford Coppola da serviert hat? Ich war erschlagen und fassungslos, dass ich gerade nicht, sagen wir mal, dreieinhalb Stunden im Kino war, sondern gerade mal zwei Stunden und 15 Minuten vielleicht. Ich kann mich aber auch noch an deinen Ausspruch erinnern. Ich glaube, das allererste, was, also ich habe es zwar nicht live von der Farbe mitbekommen, aber ich habe es irgendwie dann durch die Blume gehört, das allererste, was du zur Pressedame sagtest, war ein schönes Wort namens Unerträglich, oder? Ja. Das trifft es sehr gut. Ich habe mich, das hat er gesagt, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Ich habe nicht erwartet, dass er mir gefällt. Ja. Ich mag es aber durchaus, wenn Regisseure einfach ihre Vision umsetzen. Eine andere Kollegin hat als Beispiel genannt, von Ari Aster, Bo is Afraid, der ja auch wirklich so ein, ja, so eine Gehirngebucht ist seines Schöpfers. Wo der Aster ja auch wirklich bedingungslos seiner Vision gefolgt ist. Und ich mag Bo is Afraid. Aber, und ich weiß, die beiden Filme sind das schwer miteinander vergleichbar. Aber bei Bo is Afraid habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich verstehe, was er von mir will. Ich weiß, worauf er hinaus möchte. Ich weiß, was er damit, was er aussagen möchte. Und vor allem, der Symbolismus, den er hier nutzt, der kommt bei mir auch irgendwo an. Bei Megalopolis, ich wusste am Ende des Films nicht, was Francis Ford Coppola von mir wollte. Der Symbolismus ging all over the place. Da war wirklich alles drin und gar nichts. Ja. Und vor allem, ich fand, Megalopolis hat mich nie, wirklich nie fasziniert. Es war mir, bis auf ein paar kleine Szenen und Einstellungen echt recht schnell vollkommen egal, was hier passiert, mit wem was passiert und wo es passiert. Und das ist, glaube ich, meine Hauptkritik schon mal an den Filmen. Der lässt mich einfach kalt. Es ist natürlich eine sehr subjektive Sache, aber auf diesem großen Schaltbord meines Gehirns, wo irgendwo der Knopf steht, Faszination an, aus. Ich glaube, Coppola hat es geschafft, sämtliche Knöpfe zu drücken, nur mich zu faszinieren. Auf irgendeine Art und Weise hat er wirklich nicht geschafft. Ganz und gar nicht. Und deswegen fand ich diesen Film ab einer gewissen Zeit, und ich sagte schon, der geht 138 Minuten, und der fühlt sich einem vielfaches länger an. Ich fand ihn wirklich irgendwann nur noch unerträglich. Ja, du hast es gerade auch schon formuliert, dieser Film ist gefühlt alles und nichts. Und auch, weil du meintest, du hast Schwierigkeiten. Also, das ist so das Bemerkenswerte. Auf der einen Seite fragt man sich, was er, also, was das alles in seiner Gesamtheit sollte. Und zum anderen, also, das hört sich jetzt so an, als wäre dieser Film subtil. Das ist der aber mitnichten. Das wäre ja schön, wenn er zumindest irgendwie, weiß nicht, so David Lynch-mäßig verkopft, verklausuliert wäre. Verklausuliert ist er irgendwo auch, aber eher in sich selbst. Und das, also, ich hatte auch ganz oft den Eindruck, dass der Komplexität mit Umständlichkeit verwechselt. Wie das heutzutage auch bei vielen Serien zum Beispiel an der Tagesordnung ist. Den Eindruck hatte ich auch immer wieder, dass das eigentlich auch wie eine Serie hätte sein können. Irgendwie so ein Sechst, Tyler oder was auch immer. Es ist, es ist ganz schwierig, den in Worte zu fassen. Ich würde nicht sagen, dass mich alles komplett kalt gelassen hat. Zumindest in der ersten Hälfte. Aber spätestens in der zweiten saß ich da echt nur noch so und dachte mir, boah, wann, wann, wann hört das auf? Wann hört das auf? Und, und du hast auch das Gefühl, dass er bestimmt, boah, lass mich nicht lügen, er verpasst bestimmt vier oder fünf Möglichkeiten, den Vorhang fallen zu lassen. Also, irgendwann hast du das Gefühl, dass der eigentlich einfach immer noch weiterläuft, der Film. Und selbst wenn du dann rausgehst, hast du das Gefühl, dass er in deinem Kopf einfach immer noch weiterläuft und einfach nicht aufhören möchte. Das, das war auch so meine Empfinden. Aber, ja, es ist, es ist ganz schwer, in, in Worte zu fassen. Wobei ich jetzt, da muss ich vielleicht noch hier nachreichen, meine Erwartungshaltung. Ich war sehr, 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 sehr gespannt auf den Film. Ich habe auch nicht gedacht, dass das ein Meisterwerk wird. Aber ich habe zumindest so die Hoffnung gehabt, dass der, ich sag mal, interessant werden könnte. Und wenn es nur interessantes Scheitern ist. Aber er ist, ja, lass es mich so sagen, er ist scheitern. Und zwar auf ganzer Linie und auch nicht von der interessanten Sorte, sondern eher von der wahnsinnig drögen. Und, ja, wie hast du es ausgedrückt, auch nach der PV-Selbstbesoffenen Sorte, ne? Ja, was ich auch zum Beispiel fast schon kurios finde, ist, er hat halt auch ganz oft so Ideen. Und es wirkte auf mich immer so, als Coppola das Drehbuch oder das, das, das Trademan oder, was weiß ich, das Skript oder den Draft oder so geschrieben hat vor 40 Jahren oder so, hatte er die Idee. Zehn Jahre später hatte er eine andere Idee. Aber er hat sie da nicht ausgetauscht, er hat sie einfach rein inkludiert. Als Beispiel, ganz am Anfang lernen wir, dass unser Held, gespielt von Adam Driver, der Cesar, die Zeit anhalten kann. Da müsste man ja meinen, hey, das ist ja, ne, das könnte man ja eigentlich nutzen. Das ist ja nur Fähig. Also, seien wir ehrlich, Dominik, wenn ich die Zeit anhalten könnte, ich würde das ausnutzen. Das wäre, in meinem Film wäre das ein sehr wichtiger Attribut, der auch öfters mal eingesetzt wird und der auch irgendwas mit der Handlung zu tun hat. Nee, hier aber nicht. Der wird noch ein, zwei Mal erwähnt und natürlich sein North Interest, gespielt von Nathalie Emanuel, ist auch einer der wenigen, glaube ich, die das erkennt. Aber im Prinzip kann ich mich nicht daran erinnern, dass das noch irgendwie wirklich eine imposante Rolle in dem Film spielt. Das Gleiche ist mit diesem komischen Werkstoff, den dieser Cesar entdeckt hat, der auch komplett wichtig ist für fünf Minuten, dann komplett vergessen wird, wenn man wieder kurz wichtig ist für fünf Minuten und dann war es das. Oder, auch ganz interessant, übrigens, da ist ein Satellit, der wird auf die Erde stürzen. Oh, das ist ja ganz gefährlich. Zwei Stunden später, ach, was ich noch vergessen hatte, der Satellit stürzt jetzt ein. Ah ja, okay, dann. Das ist eine Ideenansammlung, die an und für sich nicht uninteressant, nicht unspannend ist, aber Coppola versteht es einfach nicht, meiner Ansicht nach, dass auch nur ansatzweise in eine packende, fesselnde oder sonst wie irgendwie mich faszinierende Geschichte zu bringen. Das ist wirklich, also ich hatte das Gefühl, du merkst wirklich, ah, okay, wir sind in den 80er Jahren angekommen, da waren das Liedengarde und vork, da hat sich wahrscheinlich Coppola gesagt, ach komm, jetzt das Liedengarde. Oder hier die ganze Sache mit dem Aufstand, wo ich dachte, ach, guck mal, das war bestimmt, die Idee kam mir bestimmt, als dieses Occupied Wall Street ganz groß war. Das ist noch so das Interessanteste am ganzen Film. Aber ich als Zuschauer, der mir diesen Film anguckt und eine gewisse Erwartung haben, nämlich, dass der mich halt irgendwie fasziniert, packt, unterhält oder sonst was mit mir macht, von mir ist auch mich provoziert oder so, gerne, aber der Film war mir halt wirklich vollkommen scheißegal irgendwann. Das war für mich einfach nur so ein typisches, so, ich hab ne Idee, Plätsch, nächste Idee, Plätsch. Und, alles rein. Ich meine, hey, ich bin ihm ja auch nicht böse, weil, seien wir ehrlich, letztlich sind seine 120 Millionen, nicht meine. Ja, und du hast kein Geld für das Film bezahlt. Aber, ja, aber wie hast du das denn wahrgenommen, jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Ideen, wie jetzt zum Beispiel diesem Zeitanhalten oder diesem komischen Megalong, glaube ich, hier heißt dieser Werkstoff, der irgendwie in die Zukunft sein soll? Naja, es sind halt alles so Ideen, aus denen man für sich genommen durchaus was machen könnte. Und das, da würde man ja auch von ausgehen, wenn, wenn man den Anfang des Films sieht. Also, das kam ja auch schon in den Trailern durch, dass Adam Drivers Figur, also eben Cesar Catalina, dass der die Fähigkeit besitzt, aus irgendeinem Grund die Zeit anzuhalten. Und auch wenn das Ganze natürlich, ja, schon irgendwie, es, es, es hat was leicht Altmodisches irgendwo auch, natürlich auch vom Setdesign her, wobei das noch so die besseren Aspekte sind. Oder auch die Kostüme. Aber, also, da werden ja durchaus auch Anschlussstellen ins Hier und Jetzt, ne? man kann sich, Adam Drivers Figur kann man sich spielend als so einen Elon-Musk-Verschnitt einfach vorstellen. Ne? Als so einen, so einen selbsternannten Weltverbesserer. Und, ja, aber leider machen sie aus diesen ganzen, oder macht Coppola aus diesen ganzen Versatzstücken sehr wenig, gar nichts, oder, ja, was sehr, sehr langweiliges. Muss man einfach sagen. also, ich, ich meide eigentlich die, die Phrase langweilig, aber, sie trifft es ja halt. es hat sich alles lang angefühlt. Und teilweise hatte ich den Eindruck, weiß nicht, als ob das fast ein billiger Meta-Gag wäre, mit dem Zeitanhalten, weil gefühlt hat sich der Film manchmal so weggeguckt. Oder, also, manche, manche Szenen, viele Szenen wirkten teilweise so, als wäre die Zeit angehalten worden und sie gehen einfach nicht vorbei. Und dazu sage ich auch noch, es gab ja eine kleine Panne bei der PV, die wir besucht haben. In den, ich glaube, in den ersten zwei Minuten hatten wir kein Bild, sondern nur Ton. Also, wir haben zwar die deutsche Synchro gesehen, was auch eher ungewöhnlich ist, aber wir hatten kein Bild. Also, auch das Konstantin-Logo haben wir nur akustisch mitbekommen. Und ich kann mich auch erinnern, viele Kollegen haben, glaube ich, gesagt, ihnen wäre es am liebsten gewesen, wenn der ganze Film ohne Bild gewesen wäre. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber, ja, du hast es schon wirklich gesagt, es sind, es ist so ein ganz klassischer Fall von, die, die einzelnen Elemente sind interessant als die Summe aller, noch, noch interessanter als die Summe aller Teile, denn die funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Und ich würde sogar so weit gehen, weil du ja meintest Geschichte. Würdest du sagen, dass der Film wirklich eine Geschichte erzählt oder überhaupt erzählen will? Ich würde sagen, er erzählt viele Geschichten, aber der Film fühlt sich für mich niemals wie eine kohärente, große Geschichte an. Und ich würde auch sagen, der Film oder Coppola versucht so ein bisschen, ja, ich nenne es mal Shakespeare-esk zu sein, denn die Liebesgeschichte zwischen hier Adam Driver und Nathalie Emanuel, also Julia heißt sie ja, ist halt Julia, da haben wir es schon, Romeo und Julia ist da so natürlich ein bisschen, auch wie die Leute sich bewegen und wie sie reden, hat was sehr Theatrales, was sehr, wie als Shakespeare. Und ich muss sagen, es gab ein paar Momente, da habe ich mich erinnert gefühlt an eine, wie ich finde, sehr grandiose Shakespeare-Verfilmung, die leider Gottes die meisten nicht kennen. Ich glaube, du kennst sie aber aus dem Jahre 99, nämlich Titus von Julie Trey. Oh, danke. Und der macht so was Ähnliches, der hat auch so, also klar, der basiert auf der Geschichte von Shakespeare und Megalopolis basiert auf, glaube ich, ganz vielen kleinen Geschichten und Einnehmen und so. Aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie versucht Coppola, so den gleichen Vibe zu generieren, so als ob das sich anfühlen soll, als ob er hier etwas nacherzählt, eine Fabel, das heißt ja auch immer, hier ist eine Fabel, eine Legende, ein Stück, was schon Jahrhunderte alt ist. So hat es sich für mich angefühlt. Aber er hat einfach keinen Pfeffer da drin, keine Wumms, keine Schärfe, keinen Antrieb. Das ist alles so, so bleiern. Und was ich halt auch lustig finde, dann gibt es so eine Szene, wo halt du mal dieses Megalopolis siehst und es sieht halt einfach, also ja, es ist halt ein bisschen golden und es ist halt alles CGI. Das muss man sagen, ich finde, die meisten CGI-Effekte sehen sehr gut aus. Also da mal hier an die großen Studios gesagt, die das dreifache für Blockbuster ausgeben und sich hinbekommen, weil Megalopolis funktioniert das recht gut. Aber ganz ehrlich, dann ist die große Erfindung, womit Adam Driver Sigur die Welt retten will, um es heruntergebrochen zu sagen, eine Rolltreppe, die von einem Stadtpark in den anderen führt. Und dann denke ich mir auch so, nee, nee, das ist mir, das ist mir, das ist mir zu wenig. Das ist mir wirklich zu wenig. Und das ist auch so ein Problem, Megalopolis tut immer so, als ob er richtig viel hat und richtig viel auf die Waagschale wirft und richtig gigantisch ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, also ich zumindest bei mir selbst, was ist denn hängen geblieben? Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber von den großen Sachen, vielleicht auch, weil es einfach zu viel war, aber von den großen Sachen ist mir tatsächlich nichts wirklich hängen geblieben. Was ist bei dir hängen geblieben, Dominik? Also ich meine, es ist ja jetzt, glaube ich, wie lange ist es her, dass wir den gesehen haben? Drei Tage, glaube ich, Dienstag haben wir den gesehen, heute ist Freitag. Und also jetzt auch ein bisschen vor Kinostapfen, nehmen wir das ja auch vom 13.09. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich habe, also wir wollten im Podcast ja eigentlich schon sehr viel, ich glaube, gestern aufnehmen eigentlich. Und ich muss sagen, ich hatte bei dieser Lücke zwischen der PV und diesem Aufnahmetermin jetzt hier echt schon Bammel, dass ich mich wirklich an gewisse Szenen nicht mehr erinnern kann. Und es ist eingetreten. Also ich kann dir zwar noch so gewisse Momente und Bilder nennen, aber ganze Szenen, geschweige denn Interaktionen zwischen Figuren, kann ich dir kaum noch was irgendwie ins Gedächtnis rufen oder mir ins Gedächtnis rufen. Und dabei ist das, ist das alles so viel und auch durchaus eindrücklich, aber es bleibt erstaunlich wenig hängen. Und du hast auch schon gesagt, der Weltenentwurf Megalopolis, ja, zum einen, ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, das Setdesign ist in Teilen nicht uninteressant. Und ich muss sagen, mit das Beste waren für mich eigentlich die Kostüme, weil die wirklich so eine Kreuzung sind aus dem, was man machen würde, wenn man eben, ja, ich sag mal, relativ zeitlose Alltagskleidung, der der oberen, also der High Society zeigt, also halt so Anzüge und sonst was, Blazer etc. Und das dann kombiniert mit antiken Togas, wie man die eben kennt, aus dem alten Rom. Und das ist ja nun mal auch der Witz an der ganzen Nummer hier, dass New York City hier praktisch funktioniert, wie das alte Rom und dann eben der Untergang des Römischen Reiches etc. Darauf will ja letzten Endes Coppola auch hinaus. Aber ich war dann vor allem, was so Straßenzüge und so angeht, dann doch erstaunt, wie wenig hier eigentlich gemacht wurde. Also natürlich, du hast in New York, hast du viele Gebäude und so weiter, die ja durchaus so einen, ich sag mal, barocken oder antiken Charme haben. Aber so wirklich viel daraus gemacht haben sie nicht. Und das ist, ich muss sagen, ich würde da auch nicht mitgehen, weil du meintest, das CGI ist so gut. Ja, zum Beispiel, wenn da, weiß ich nicht, ich hab mal nie am Trailer gesehen, wenn da mal irgendwie eine Statue ist, die sich aus irgendeinem Grund bewegt und ihre, weiß ich nicht, Marmortafel zerbricht, so aller zehn Gebote. Aber wenn du dann so andere Einstellungen hast, die besten, das beste Beispiel, wo Natalie Emanuel und Adam Driver, ich kann mich ja doch an die Rollennamen, kann ich mich noch erinnern, juhu, wenn die da halt so über der Stadt stehen und er ihr dann demonstriert, was er vorhat, vom CGI her sah das, also da hab ich mir halt auch so die Frage gestellt, sieht das jetzt absichtlich so künstlich aus oder ist das, haben sie es einfach nicht besser hinbekommen? Und was ich nämlich auch noch gelesen hatte, ursprünglich wollte Coppola hier auf diese Mandalorian-Volume-Technologie setzen und das wurde dann aber noch zurückgefahren, weil, ja, anscheinend viele Special Effects oder VFX-Leute mit Coppola nicht so auf einen Nenner kamen bei diesem Film. Und da waren ja noch einige andere Sachen mehr. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber die Produktion war ja auch alles andere als einfach offenbar, ne? Ja, ja, klar, was er dafür spricht, dass Coppola auch jetzt unbedingt kein einfacher Filmemacher ist, ne? Der verklärt seine Vision. Um das nochmal rechtzustellen mit dem guten CGI, im Kontext zu dem, was ich bei anderen teuren Produktionen gesehen habe, sieht das halt gut aus, ne? Das ist ja nochmal gesagt. Diese eine Szene, wo du dir unsicher bist, war es absichtlich so in Anführungszeichen schlecht oder nicht? Ich hab das eher so wahrgenommen, das soll jetzt hier ein bisschen verkünstet aussehen, aber es ist in der Hinsicht auch nicht so toll umgesetzt, dass ich sage, wow, das ist ja clever. Was ich auch noch seltsam finde, Coppola hat ja einfach den Ruf des Meisterregisseurs, weil, ich meine, mal abgesehen von den großen Klassikern, hat er noch tolle Sachen gedreht, wie zum Beispiel der Dialog, ja? Der hat also wirklich ganz viele tolle Filme gedreht, auch wenn man natürlich sagen kann, ja, das ist aber auch schon ganz schön lange Zeit her. Ich bin ja keiner, dem jetzt bei Filmen sondern nicht schnell irgendwelche Anschlussfehler auffallen. Aber bei, meine Güte, bei Megalopolis, da hatte ich teilweise das Gefühl, da kommst du ja keine drei Meter weit, ohne einen Anschlussfehler zu entdecken. Und wie gesagt, ich bin niemand, der danach sucht. Aber wenn es mir das auffällt, dass die Autotür plötzlich zu und wieder auf und wieder zu ist, ohne dass man es irgendwie bemerkt, da muss ich mir schon fragen, hat Coppola da wirklich sorgfältig inszeniert? War es ihm vielleicht einfach nur scheißegal? Oder aber ist das irgendeine künstlerische Aussage, die hier der Werte her treffen möchte? Und ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, es war ihm irgendwie vielleicht einfach egal. Weil er trifft ja in dem Film bestimmt relativ viele Aussagen, die aber in meinem kleinen Fliegenhörn einfach vorbeigewitschert sind. Aber ich, also, liebe Fans zum Coppola seid mir nicht böse. Aber inszenatorisch hat der Film seine Momente. Aber trotzdem, wenn ich das mal vergleiche mit so etwas wie Dracula oder so, und ja, ich weiß, das ist jetzt auch 30 Jahre her, aber Megalopolis ist inszenatorisch nicht so wirklich geil. Ja, obwohl er spielt natürlich auch damit. Also, was mir sehr früh auffiel, dass er hier alle möglichen Filmkameratechniken etc. benutzt, die ja eigentlich schon ordentlich was auf dem Buckel haben. Also, hier sieht man Sachen, die einfach echt ein bisschen, ja, also jetzt ohne das grundsätzlich abzustrafen, aber es wirkte, wie es hier gemacht war, echt schon ein bisschen altbacken. Also, ob man jetzt irgendwie den Bildschirm in drei Abschnitte aufteilt, dann Lochblenden etc. Das sind ja alles Sachen, die man heutzutage gar nicht mehr sieht. Die können auch funktionieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal überlege, Lochblenden hat Alfonso Cuaron eingesetzt bei seinem Harry-Potter-Film. Gut, der ist jetzt zwar auch schon 20 Jahre alt, aber da hat das wunderbar funktioniert. Und hier sind Stellen, wo du dich fragst, wofür ist das jetzt gerade da? Gekrönt von diesem Augenblick, der ja schon in Kampfe, Furore gesorgt hat. Im Nachhinein, ich weiß noch, ich hatte auf einem anderen Discord-Server, wo ich ab und zu mal schreibe, vom YouTube-Kanal Flips, schöne Grüße, wurde ich gefragt, also, als ich halt gesagt habe, dass ich in der PV war, wurde ich gefragt, ob mir diese Szene aufgefallen ist, also, durch die der Film in Kanja von sich hat reden machen lassen. Nämlich, es gibt hier eine Interview-Situation, wo Interaktion mit dem Publikum beziehungsweise jemanden stattfinden soll, der ins Bild kommt und Adam Driver Fragen stellt, ne? Und ich bin ganz ehrlich, ich konnte mich auf den ersten Gedanken, konnte ich mich nicht erinnern, was das im Film gewesen sein könnte. Ist es dir vielleicht, also, ist es dir schon während der Vorstellung aufgefallen oder vielleicht im Nachhinein? Ja? Ja. Ja, doch. Doch, ist mir aufgefallen. Es gibt ja diese Pressekonferenz und da zoomt das Bild hier auch so komisch raus. Ein Sechstel des Bildes ist das so gefühlt. Ja. Genau, genau. Und da war mir schon klar, okay, jetzt kommt diese Szene, die halt in Kan für Furore gesorgt hat, die ja anscheinend wohl in Kan nicht nur bei der Premiere, sondern wirklich in jedem Screenings bei Kan, wo wirklich mit Schauspielern im Saal wohl umgesetzt worden ist. Jetzt über Überraschung, das wirst du natürlich in der Realität nicht umsetzen können. Ja, ich möchte keinem der unterbezahlten Kinomitarbeiter irgendwie von denen verlangen, dass sie dann einmal am Tag bei der Spätvorstellung mit Europa sich da nach vor die Leinwand gehen und dann halt diesen Satz sagen, auf den Adam Driver reagiert. Man kann ja ganz klar sagen, es wurde so einfach gelöst, wie man es eben nur lösen kann. Es wird einfach halt eben was eingesprochen. Also vom Film selbst. Man hört die Stimme, man sieht den Interview da noch nicht. Ist jetzt nicht elegant, aber ich glaube, jeder von uns, der davon gehört hat, war klar, das kannst du so nicht umsetzen. Das ist einfach nicht möglich. Und ich muss sagen, ich bin mir unentschlossen, ob Francis Ford Coppola das wirklich als Kunstgriff benutzt hat, einfach weil er damit auch eine Aussage tätigen wollte und damit vielleicht auch ein bisschen das Kino an sich herausfordern möchte oder wollte. Oder aber ob es einfach nur ein sehr, sehr guter PR-Stunt war. Denn ich meine, eigentlich hätte der Film diesen PR-Stunt nicht notwendig gehabt, denn das ist ein Riesenprojekt mit dieser Geschichte halt. Wir haben es schon angesprochen, dass Coppola Teile seiner Weingüter veräußert hat dafür. Aber ja, ich muss auch sagen, als dann die Szene kam, mir klar war, okay, das ist jetzt diese Szene, boah, war ich dann auch ein bisschen ernüchtert, weil sie wird ja auch, selbst wenn da jetzt ein Schauspieler in echt vor dir gestatten hätte und kurz mit einem Drive-Minter geht hätte, hätte es die Szene ja nicht interessanter gemacht. Ja, es ist doch auch wirklich einfach nur so ein Moment, wo du dich fragst, also ich weiß nicht, es hatte jetzt auch nicht irgendwie den großen Meta-Kontext oder sowas. Also ich meine, Brüche mit der vierten Wand, die sind ja im Mainstream mittlerweile auch angekommen. Ja, ich sehe dich an Deadpool, das gibt es ja schon ewig, aber hier hätte sich zum einen, wie gesagt, für mich nicht der Mehrwert erschlossen und es ist auch ehrlich gesagt, also es ist doch, wenn dann wirklich nur ein Satz oder sowas, ne? Also wenn überhaupt, weil, also mal angenommen, die ganze Szene wäre so gewesen, dann hätte man drüber reden können oder es wäre vielleicht nochmal irgendwie anderweitig aufgetaucht, aber ja gut, vielleicht will ja Coppola die armen Studenten, die im Kino jobben, schonen, was weiß ich, aber es ist, also du hast ja gerade schon gemeint, ich würde wirklich auch eher zu PR-Stunt tendieren, weil, weiß nicht, also das ist nicht halb den Wind wert, der da drum gemacht wurde, obwohl es ja an für sich eine spannende Idee ist, so ist es nicht, aber es ist auch wieder so, also das merkt man jetzt auch wieder daran, dass ich halt Schwierigkeiten hatte, mich jetzt so an den Kontext zu erinnern, bevor ich da nochmal die News zugelesen habe, es ist auch etwas, was total untergeht in diesem ganzen, ja, Reigen an Ideen, an Einfällen, die leider über weiteste Strecken für mich nicht zünden und wo ich aber auch nochmal bei der Inszenierung drauf eingehen würde, der Film ist ja ziemlich dialoglastig und wir haben auch ziemlich viele Innenaufnahmen, da wurde auch ganz merkwürdig mit der Beleuchtung gespielt, ist dir das aufgefallen? Ja, also der Film hat keine einzige Einstellung, wo ich das Gefühl hatte, okay, das wirkt gerade echt, wenn er draußen ist, dann geht es manchmal und natürlich kann es auch sein, dass man das auch beabsichtigt hat, aber gerade in den Innenräumen sah es immer entweder sehr nach Studio aus und immer auch in der Art und Weise, dass es immer so wirkt wie sowas Kunstgewerbliches, also so, ich bin Künstler, ich mache jetzt was und jetzt bitte frag mich, was ich damit aussagen möchte und das, damit hatte ich auch Probleme, was heißt nicht Probleme, aber es hat ja dafür gesorgt, dass ich, du hast es schon auch erwähnt, dieses Unwort, was ich ja auch ungerne bei Filmkritiken sage, aber dass sich der Film so unglaublich langweilig und spröde angeht. Und dass auch jede Szene sich gefühlt, also das merkst du auch am ganzen Pacing, es fließt nichts in diesem Film, sondern es knarrt an allen Ecken und Enden und keine Ahnung, als wenn, ich hatte jetzt auch nochmal gelesen, Coppola spielt mit dem Gedanken, vielleicht irgendwann nochmal eine noch längere Fassung rauszubringen, Also wieder so der Zack Snyder-Way so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass die irgendwann kommen wird, wobei ich mir schon die Frage gestellt habe, ob das hier, also das wüsste ich mal gerne, ist das jetzt hier wirklich die absolut finale Vision und Vorstellung von dem, was Coppola sich erhofft hat oder musste er hier Einbußen machen und hofft da irgendwann nochmal was nachzuschieben, was aber eh nicht kommen wird? Ich weiß es nicht, mein letzter Stand ist, dass er sehr klar gesagt hat, er will auf jeden, er arbeitet an einem anderen Film, an einem neuen Film und ich kann dir mal vorstellen, dass er den auch wieder selbst finanziert, denn nach Megalopolis wird ihm kein Studio und das ist auch gut so, so hart das klingen mag, also ich will dem Mann an sich nichts Böses, aber nach diesem Werk hier ist echt so, ja, also es ist halt immer so ein bisschen unfair, weil es jetzt so klingt, als ob wir jetzt Coppola so hinstellen, wie der alte, doofe Mann, ja, der einfach viel Geld hat und damit jetzt seinen Traum bringt, ich gönne es ihm ja und es gibt ja auch Leute, die das bestimmt toll finden, wobei ich auch sagen muss, alles, also die Meinung, die ich nach unserer Vorstellung mitbekommen habe, war negativ, alle negativ, es gab so ein paar Stimmen, die noch so hier und da noch ein bisschen was rausgefunden haben für sich selbst, wo sie sagen, ja, das fand ich nicht schlecht, aber trotz allem habe ich selten in den letzten Monaten ein Screening erlebt, wo die Stimmung danach so negativ dem Film gegenüber ist, es wird auch jetzt noch Leute geben, natürlich, die das toll finden, das ist auch ihr gutes Recht, ich muss halt sagen, der Film ist für mich gescheitert, als Kunstwerk ist er für mich gescheitert, weil ich finde ihn halt als Kunstwerk sterbenslangweilig, nicht faszinierend genug und auch anstrengend, aber auf so eine penetrante Art und Weise, ich hasse Kunst, die einfach so penetrant ist und dieser Film hat einfach eine Penetranz, die ich furchtbar finde, ich mag auch nicht, dass der so militär ist, also ich hatte das Gefühl, du siehst in diesem Film keine einzige Figur, die nicht zur Elite gehört, selbst Cäsar, unser Held nenne ich ihn mal, ist ja, es gehört ja zur Elite, ja, du siehst niemanden von, also klar, du siehst hier und da mal, das in Anführungszeichen normale Fußvolk, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da kann auch Coppola auch gar nicht mehr richtig was mit anfangen mit diesen Leuten, das fand ich auch wirklich gar nicht so geil, um es mal so auszudrücken und ansonsten, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt und das ist jetzt, das klingt jetzt sehr, sehr hart und ich weiß auch, diese Filme kann man schwer miteinander vergleichen, aber das letzte Mal, dass ich in einem Kino gesessen habe und auf der einen Seite so sehr den Abspann herbeigesehnt habe, weil ich aber keinen Bock mehr hatte, weil ich wirklich dachte, boah Leute, ich habe keine Energie mehr, ja, ich laufe hier gerade schon auf Reservetank, aber gleichzeitig wirklich sitzen geblieben bin, weil ich dachte, das ist halt so, auf der Hinsicht so seltsam und genuin gescheitert, dass ich das nicht mehr angucken muss, war bei Cats. Also, also, ich sage es wie es ist, für mich ist Megalopolis das Cats von Coppola. Lass uns bitte nicht anfangen über Cats zu reden, das wird sozusagen fast ohne Boden. Wie ist es dir denn hier ergangen? Ist dir das mit dieser, ich nenne es mit diesem Elitärismus oder dieser Elite, ist dir das auch aufgefallen? Definitiv und auch ein einfach sehr, ja, konservativ geprägtes Worldbuilding, sage ich mal, also, wenn er sich überhaupt an Worldbuilding versucht, weil so wirklich eine Vorstellung bekommst du nicht, also, klar, es soll alles eine Parabel, eine Fabel sein, wobei ich, bei Fabel stelle ich mir auch die Frage, weil Fabeln zeichnen sich doch eigentlich dadurch aus, dass Tiere sprechen. Ich habe am nächsten Tag David the Roboter gesehen, der übrigens sehr gut ist, guckt euch den an, und das ist eine Fabel für mich, aber Megalopolis ist eine Fabel, oder er sagt halt einfach, das sind alles Tiere, die er da inszeniert, aber, puh, menschliche, menschliche Tiere. Künstler, weißt du, ja, aber, ja, gut, ich meine, du hast ja bei manchen durchaus auch so, ich sag mal, animalisches Verhalten, ne, ich meine, das soll ja auch römische Dekadenz irgendwie auch channeln, aber dennoch hatte das Ganze wirklich einen elitären Beigeschmack, weil, wenn du mal irgendwie verarmte Leute siehst, dann werden die eigentlich nur noch so als Pöbel bespaßt, ob nun von der einen oder anderen Seite und instrumentalisiert, klar, natürlich kann das auch irgendwie als kritischer Kommentar gesehen werden, vielleicht auch auf heutige Gegebenheiten, und zwischendurch hatte ich auch mal so das Gefühl, dass er sich vielleicht auch hat inspirieren lassen von sowas wie, ist ja ganz oft schon hergenommen worden, hier Charles Dickens Geschichte von zwei Städten beispielsweise, ne, also, da hat sich ja zum Beispiel Christopher Nolan auch bei Dark Knight Rises von irgendwie beeinflussen lassen, aber es wirkt einfach wie nichts Halbes und nichts Ganzes und dann am Ende halt auch diese Botschaft, ja, da ist dieser eine Superreiche mit seinem tollen Plan und der wird die Welt verändern gegen alle Widerstände und nur er hat die Macht über dieses geradezu unzerstörbare Element Megalon, oder wie das heißt, oder Megalon, das wird mir auch viel zu wenig hinterfragt, also wie gesagt, ich hatte da wirklich Assoziationen zu Figuren wie Elon Musk und der ist ja eher mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal einfach so in den Raum werfen und dann, also es ist nicht so, dass Coppola jetzt so ein Personenkult um die Figur von Adam Driver erschafft, aber der ist schon irgendwo ne, ja eigentlich fast ne Erlöserfigur und zugleich aber auch, also zugleich schafft es Coppola nicht, ihn irgendwie auch zum, also im Sinne von griechischen Tragödien irgendwie auch zu ner, ja zu ner, zu ner tragischen Figur eben zu machen, das wäre ja zum Beispiel auch ne Möglichkeit gewesen. Also es gibt ja schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, er versucht jetzt schon so ein bisschen ihn so als Märtyrer darzustellen, macht er aber dann auch nicht konsequent und ich hatte halt oft das Gefühl, dass er letztlich die Aussage trifft, wir müssen etwas tun gegen die Elite und zwar was müssen wir tun, wir müssen eine neue Elite quasi einführen. Und ich weiß halt nicht, ob Elite austauschen gegen Elite, ob das so super ist, ich bin da jetzt nicht, da fehlt mir einfach auch die Kompetenz. Ja das ist so, das ist so vom Elfenbeinturm runter irgendwie, ne, so, so, so fühlt sich dieser ganze Film an. Ja, ja wirklich, das fühlt sich wirklich so an, als würde Coppola uns sagen, mal Leute, ich habe meinen Traum erfüllt. Ich hatte am Anfang nichts außer meinen Traum und 120 Millionen Dollar. Okay, danke. Vor allem, das ist ja auch nicht der erste Film, den er so, also andere Filme hat er glaube ich nicht komplett aus eigener Tasche finanziert, aber er hat ja schon, also hast du ja auch schon gesagt, er hat ja im Laufe seiner Karriere einige Flops gelandet und er kann bis heute eigentlich nur Filme machen, weil er eben Privatier ist, ne, das ist sein Erfolgsgeheimnis letzten Endes, ohne jetzt seine Klassiker zu schmälern, aber du sitzt da drin und denkst dir so, meine Güte, das ist der Regisseur, der der Pate gedreht hat und teilweise kommst du dir, ob es die Anschlussfehler sind, ob es diese elendig langen Szenen sind, wo du dir denkst, mein Gott, Kill Your Darlings ist für ihn ein Fremdwort neuerdings. Ich meine, er hat ja schon immer lange Filme gemacht, also Der Pate oder Apocalypse Now, aber der hier ist ja nicht lang und fühlt sich trotzdem so an. Also vom Schnitt her hat der keinen Rhythmus, das ist alles so bleischwer und um nochmal auf Adam Drivers Figur zurückzukommen, ja, er versucht ihn gut, er versucht ihn irgendwie aufzuladen mit ner Verlustgeschichte und dass er dann irgendwie auch hier in Natalie Emanuel ne Seelenverwandte vielleicht auch irgendwie findet und so weiter und so fort. Aber das bleibt irgendwie auch Mittel zum Zweck. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie Coppola auch in älteren Filmen, zum Beispiel auch in Bram Stuckers Dracula, wie er da Frauen immer so sehr erhöht, tatsächlich zu ner, zu nem Katalysator für das, was dann die, die männliche Hauptfigur tut. Und, ne, also wenn du jetzt zum Beispiel halt an seine Dracula-Variante denkst, wo das natürlich auch bedingt ist durch die Vorlage, aber zum Beispiel auch bei den Pate-Filmen und so weiter und so fort, ne, das ist was, was sich hier auch wiederfindet. Das ist einer dieser Filme auf dem Papier, klingt ja halt auf so diversen Ebenen so sauspannend, sei es die Entstehung, sei es die Geschichte. Sei es die Besetzung. Sei es die Besetzung. Die Besetzung, genau. Darauf wollte ich hinaus. Wir haben Adam Driver, wir haben Giancarlo Esposito, wir haben Nathalie Emanuel, wir haben Aubrey Plaza, wir haben Shia LaBeouf, wir haben John Boyd, Jason Swartzman, Talia Shira, seine Schwester ist es, glaube ich, kennt man aus dem Neroke-Film, Lawrence Fishburne, Catherine Hunter, Dustin Hoffman, wo das auch sehr kurios ist, der am Anfang auftaucht. Ja. Dann gibt es so eine Szene, wo einem vorgemacht wird, der wird richtig, richtig wichtig gewesen. Ja, ja. Und dann eine Stunde später übrigens, wo ist Dustin Hoffman eigentlich? Ach ja, der ist, ja, da ist was passiert. Und das war's dann. Was ich auch sehr interessant finde, Coppola war's, glaube ich, der hat ja auch irgendwie gesagt, in seinem Film achtet er nicht auf Wokeness. Das ist ja immer so dieses so, bei mir gibt's keine Woke, wo ich mir denke, mir ist es scheißegal, aber er hat halt hier schon ein paar Leute besetzt, also John Boyd, der ja ganz klarer Trump-Befürworter ist, den er hier auch in eine sehr seltsame Rolle gepackt hat. Und da sind halt einfach Szenen drin, wo ich mir, also wenn John, äh, Gott, ich glaube nicht John Boyd, wenn Francis Ford Coppola zum Beispiel die finale Szene zwischen John Boyd und Aubrey Plaza wirklich ernst gemeint hat, ich meine, hey, das ist sein Geld. Okay, vergisst du, was ich gesagt habe, ist es sein Geld. Es ist sein Geld. Vergisst du, was ich gesagt habe, es ist sein Geld. Aber es gab halt wirklich Momente, wo ich mir dachte, ich finde es ja ganz cool, dass er zum Beispiel Aubrey Plaza mal eine Rolle gegeben hat, die ein bisschen was anderes ist, was sie sonst spielt. Aber, mein Gott, das, so, du kannst mir nicht sagen, dass das, was er macht, irgendwie was ist, was einen wirklich erkennbaren Mehrwert hat. Das ist, es hatte teilweise mehr was von Experimentieren. Mhm. Und gerade auch die Sache mit Shia LaBeouf, der ja da quasi zu, auch so so eine Art politischen Führer wird oder so. Der sich eigentlich nur selber spielt, ne? Also der ist ja das Enfantieriebe Schlechtin. Ich kenne ihn wirklich nicht, Moment im Film, wo ich mir dachte, was jetzt noch fehlt, ist ein Hakenkreuz und Schnitt auf ein Hakenkreuz. Ja! Also ich dachte, ja, Dankeschön. Oh Gott. Oh Mann. Und am Ende lässt er sich dann auch noch dazu herab, wirklich Szenen aus dem Dritten Reich reinzuschneiden. Und das passt auch ganz gut, wenn ich das noch kurz anmerken darf. Du hattest ja schon diesen Titus erwähnt mit Anthony Hopkins, der wirklich sehr spezielle Kost ist. Also der zeigt klassische Shakespeare, aber in einem Rom mit lauter modernen Elementen. Und da werden auch schon Parallelen aufgefahren, natürlich zum Dritten Reich. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Aber da passiert das halt über die reine Ästhetik und nicht darüber, das ist förmlich ausgesprochen, dann nochmal gezeigt und dir dann nochmal ins Gesicht gedrückt werden muss. Boah, das ist so unerträglich. Und gerade über Shia LaBeoufs Figur, ich fand den wirklich, ich fand den nur nervig, entsetzlich fand ich. Es gab wirklich eine Szene, die fand ich einfach irgendwie, die fand ich amüsant, wenn er irgendwie so eine, ich glaube es ist eine Bank entlang geht und hinter ihm läuft sein Bodyguard und hinter dem Bodyguard laufen die zwei Handlangen des Bodyguards und er wirft seinen Hut auf den Boden, dann wirft der Bodyguard seinen Hut auf den Boden, dann werfen die zwei Handlanger den Hut auf den Boden und dann sagt Shia LaBeouf, heb meinen Hut auf und dann geht das so die Kette weiter. Stimmt, ja. Das war noch mit einer der lustigsten, also was heißt lustig, ich hab da geschmunzelt, ne. Ansonsten hatte ich bei dem Film, ehrlich gesagt, nicht viel zu lachen. Okay, was ich auch lustig fand und da greife ich das auf, das was du jetzt eben gesagt hast, dass der Film dir wirklich alles durch erklärt und immer nochmal einen draufsetzt. Ich musste wirklich lachen bei einem dieser, ja, nicht enden wollenden, ich erkläre dir jetzt etwas und dann erkläre ich es dir nochmal, erkläre es dir nochmal, wird ja halt abgeschlossen damit, dass da eine Textafel kommt, die es dir nochmal erklärt. Und das ist dann einfach auch zu viel. Wirklich. Das war einfach zu viel. Generell Textafel in diesem Film, ne. Die sah irgendwie auch sehr merkwürdig aus. Ja, aber was ich halt auch krass finde, natürlich hat dieser Film seine eigene Ästhetik, aber die ist halt auch pottenhässlich. Tut mir leid, der Film hat einfach eine sehr aufdringliche, hässliche Ästhetik. Ja. Und verglichen mit diesem Titus, du merkst bei dem Titus, dass sie kein Geld hatten. Aber eine Fresse, der hat halt eine Ästhetik, die ist halt, die ist durchgängig, die reißt sich halt mit, ja. Ja. Da sind die Figuren dir nicht egal. Und ganz ehrlich, in Titus sprechen die halt wirklich Shakespeare-Sprache, ja. Das ist den Originaltext. Der führt, nee, nee, der führt praktisch, wenn man zum Beispiel, also Titus ist ja längst nicht so bekannt, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Buzz Lermans Romeo und Julia denkt und dann noch eine Stufe weiter, das ist Titus. Oder mehrere. Allerdings nicht so, aber nicht so sehr auf Popmusik geeicht, sondern wirklich auf das Drama gehakt. Ja, total. Titus ist wirklich hart. Ja. Aber bei Titus, es gibt Szenen von Titus, ich hab die in meinem Leben, glaub ich, nur zwei, drei Mal gesehen, es gibt Szenen in Titus, die hab ich mir behalten. Ja. Wie Dominik schon sagte, wir haben Megaloplus vor drei Tagen gesehen und ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wo war nochmal dieses komische Holzstammhakenkreuz? Kam das in den ersten zehn Minuten oder in den letzten zwanzig? Ich glaube, letzte zwanzig. Alles ist möglich. Letzte. Ja. Letzte zwanzig. Ja, ja. Aber es ist alles so ein riesiger Sepia-Brei in meinem Kopf irgendwie, was diesen Film angeht. Also es sind da auch im Hinblick auch nochmal auf die Schauspieler, manche Rollen waren, zum einen wirkten die undankbar und zum anderen, jetzt mal ehrlich, bist du aus dem Part von Lawrence Fishburne eigentlich schlau geworden? Weil er spielt ja, ja, das ist halt auch schwierig. Also, wenn man es ganz böse formuliert, dann könnte man fast sagen, dass Lawrence Fishburne ja eine Art glücklichen Sklaven spielt. und er ist ja derjenige, der die ganze Geschichte erzählt mit Voice-Over, was auch sehr, sehr altbacken wirkt da einfach. Aber also warum, warum ist er jetzt genau der Erzähler des Ganzen? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich glaube, er soll einfach der Erzähler sein, weil er einfach als Butler, so habe ich ihn jetzt wahrgenommen, einfach halt immer an seiner Seite war. So habe ich es verstanden. Ja, und so ihm zu ihm aufblickt, ne, auch, ja. Ja, aber warum das so ist, keine Ahnung. Es hat ganz unangenehme, also teilweise habe ich manchmal gedacht, ich gucke eine Sci-Fi-Variante von Miss Daisy und ihr Chauffeur so ein klein wenig. Nee, das gar nicht, weil ich finde halt, dass Lawrence Fishburne erstaunlich wenig auch zu tun hat. Ja, stimmt. Ich dachte am Anfang, am Anfang, ich meine, die Stimme erkennst du halt, auch in der deutschen Fassung. Ja. Da dachte ich, okay, okay, cool, Lawrence Fishburne, damit kann ich leben als Erzähler. Und dann irgendwann, ach, der ist also auch bei ihm, also ist Lawrence Fishburne nicht schon der Erzähler, er ist auch eine Figur in dem Film. Ja. Und ja, okay, er ist der Butler, das macht Sinn, aber das war es irgendwann auch. Und irgendwann war mir auch echt fast alles egal in dem Film. Da hätte es Koppel auch irgendwann nur zeigen können, und jetzt zeige ich euch singende Fische. Ja. Da hätte ich gesagt, cool, singende Fische, danke. Gut, dann machen wir weiter. Ich habe um zehn noch einen anderen Termin, wäre schön, wenn du mal an die Bütte kommst. Also, ach, ich kann es halt drehen und wenden, wie ich will. Der Film, auf dem Papier ist der spannend und interessant. Auf der Leinwand, Tiefschlag. Ja. Ja, also, leider ja für mich. Also, es ist, es ist, eventuell mit größter Enttäuschung des Jahres, wirklich. Ja, und genau wie Cats, ich bereue nicht, ihn gesehen zu haben. So ist es jetzt nicht, weil es war schon eine Erfahrung. Ja. Aber es war keine Erfahrung, die ich jetzt auch mal machen möchte. Es war auch als PV eine Erfahrung, weil ich bin ganz ehrlich, ich meine, du gehst ja deutlich mehr PVs als ich, und du hast ja auch schon Filme wie Emoji Movie und so, in einer PV erlebt. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ach so, okay. Nein, nein, nein. Aber aus ... Bitte. Irgendwo ist auch mal Schluss hier. Okay, weil ... Emoji Movie, es geht auch mal los. Okay, okay, okay. Ja, du hast auch die Grenzen einer Belastbarkeit, auch wenn die sehr breit gefächert sind. Aber kannst du dich an eine PV erinnern, wo so viele Leute auffällig oft aufs Klo gegangen sind? Oder sogar eingeschlafen sind, wie der Kollege Martin neben dir? Ich lege gerade wirklich, ich habe keine Stimme gehört nach der Vorstellung, die was essentiell wirklich Gutes an diesem Film gelassen hat. Ja. Die meisten waren wirklich ... Also es gab natürlich die Stimmen, die versucht haben, noch was Gutes rauszufiltern. Das ist ja auch okay. Aber die meisten waren halt wirklich genau wie ich, dankbar, dass es vorbei war. Und haben sich wirklich gefragt, was sollte das? Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als wir aus dem Kino kamen und dann so Richtung öffentliche Verkehrsmittel und ich dich dann gefragt hatte, wann wir aufnehmen, dann hatte ich da noch so die Gedanken, ja, hm, ja, vielleicht muss ich den Film irgendwie schon ein bisschen gegen dich verteidigen. Und davon ... Also es ist halt wirklich zerbröselt in den letzten Tagen. Also wirklich, der wurde ... Ich meine, ich hatte eine relativ lange und meandernde Heimreise und viel Zeit darüber nachzudenken und das sollte man bei diesem Film nicht tun, weil der halt wirklich sich zersetzt in deinem Kopf beziehungsweise da sind gewisse Sachen, die du zersetzt haben möchtest, weil du sie nicht so lange mit dir rumschleppen möchtest einfach. Also ich kann da auch noch mal den persönlichen Tiefpunkt für mich nennen. Du hattest ja schon eine Szene mit Aubrey Plaza und John Voight umschrieben. Ich werd's natürlich jetzt nicht spoilern, aber der Tiefpunkt war wirklich für mich eine Szene zwischen Aubrey Plaza und Shia LaBeouf. Also eine ... Ja, kann man's als Liebesszene bezeichnen? Eigentlich nicht so richtig, ne? Nee, weil letztlich gibt's hier nur eine Liebe und das ist halt Coppola, der seinen Film halt liebt. Aber ansonsten gibt's hier Sachen, die mir nicht viel zu entdecken. Ich meine, Adam Driver und Natalie Emanuel sind tolle Schauspieler, Schauspielerinnen, aber die haben auch keine Chemie miteinander, wenn man ehrlich ist, oder? Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich ... Das würde ich auch mal gerne wissen. Du bist ja wirklich ein Driver-Fan schon irgendwie, ne? Also ... Oder zumindest ... Also ich mag den auch sehr, sehr gerne und halte den auch wirklich für ein bemerkenswertes Nachwuchstalent. Obwohl, kann man eigentlich nicht mehr sagen, er ist ja ... Nachwuchstalent, ich glaube, das ist ein bisschen ein paar Jahre zu spät. Ja, ja, ja. Naja, aber der ist auf jeden Fall eigentlich eine Bank. Und ich kann mich erinnern, wie du auch mal gesagt hast, dass du bislang keinen ... Oder ihn wirklich kaum in schlechten Filmen erlebt hast. Der sucht sich ja seine Rollen auch mit Bedacht aus, wenn man jetzt von so was wie 65 mal absieht. Also diesem komischen Dino-Planetenfilm da. Zu dem es, glaube ich, nicht mal eine PV gab letztes Jahr. Würdest du sagen, er hat hier eine schlechte Performance geliefert? Ich war nicht wieder dabei beim Dreh. Aber aus meiner Wahrnehmung wirkte das wie eine Performance, die nicht funktioniert hat. Nicht wegen dem Schauspieler, sondern wegen der Regie. Für mich ganz klar. Und dem Drehbuch. Weil Driver, ja, weil dieser 65, dieser D-Action-Film, der war auch nicht gut, aber da hat auch Adam Driver funktioniert. Und der hat ja auch in so Travestie-Sachen wie House of Gucci funktioniert der auch. Der funktionierte auch in Star Wars, meiner Meinung nach. Der funktionierte auch in Sachen wie The Dead Don't Die, in Annette. Der kann das schon. Ja. Also ich finde, das ist immer noch ein famoser Darsteller. Aber ich glaube, dass sich keiner der Darsteller in Megalopolis Hoffnung machen sollte auf irgendeine Art von Darstellerpreis. Nee, wirklich gar keiner. Und dabei haben wir, wie du schon sagst, durchaus fege Leute. Also Natalie Emanuel ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Wobei ich finde, dass sie mit ihm wirklich überhaupt keine Chemie hat. Ja, und Giancarlo Esposito rockt seine immer gleiche Rolle runter, nur jetzt halt mit Toga über dem Maßanzug. Also sehr viel mehr ist da nicht. Und ja, das ist ja mal schade. Es ist nicht nur eine Verschwendung von 120 Millionen, sondern auch einfach von vielen, vielen Talenten, die hier reinkommen. Auch wenn, wie du schon meintest, Coppola hat sich ja wirklich mit Shia LaBeouf, John Voight und auch Dustin Hoffman ab und an jetzt wirklich so Leute gesucht, die heutzutage, ja, schon umstrittener sind. Also John Voight hattest du ja schon erläutert. Shia LaBeouf ist ein Enfant terrible, wie ich schon meinte. Und Dustin Hoffman ist ja in den letzten, also da hat der Ruf ja auch so in den letzten Jahren gelitten. Und Coppola scheint die wirklich aus reiner Provokation in erster Linie auch in diesem Film gestopft zu haben. Von wegen, ja, hier die ganze Wokeness in Hollywood und das ist jetzt das Gegengift. Wobei die Besetzung an sich schon, also jetzt mal, ich meine, Wokeness ist ja, bezieht ja auch Diversität mit ein. Der Film ist ja durchaus an ein paar Stellen divers besetzt. Und diese Äußerung von Coppola war auch einfach nur, weil es ihm, glaube ich, auch auf den Sack geht, wie ganz viele Leute. Aber das der Film jetzt hier, also ich möchte Coppola jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Tendenzen unterstellen, dass er irgendwie misogin oder rassistisch oder homophob ist. Nein, 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 nein. Aber diese Äußerung war halt nur echt seltsam und auch ein bisschen, naja, also, und ganz ehrlich, wenn er halt mit John Voight reden möchte, soll er es tun. Ich glaube selbst, dass Coppola selbst, glaube ich, kein Trump-Anhänger ist. Ich muss sagen, dass die Rolle von John Voight auch einfach furchtbar ist. Aber das kommt wieder darauf zurück, dass es nicht irgendwie an der Darstellung liegt, sondern an der Regie. Und es sind ja wohl während der Dreharbeiten wohl auch Sachen vorgefallen, dass Coppola wohl mit irgendwelchen Statistinnen rumgetanzt hat oder sich irgendwie unprofessionell verhalten hat. Es gab jetzt den einen Fall, wo die Statistin zurückgerudert ist oder beziehungsweise gesagt hat, nee, das hat Variety, war es, glaube ich, falsch dargestellt. Okay. Und Coppola ist jetzt da wohl auch gerichtlich gegen vorgegangen. Aber dann gab es wohl auch dann eine Äußerung von einer anderen Statistin, die wohl gesagt hat, ja, er hat sich mir gegenüber, ich mache jetzt hier ein Gänsefüßchen, unprofessionell verhalten. Inwieweit das jetzt, ich weiß es nicht, da müsst ihr euch selbst reinlesen. Aber klar ist, auf jeden Fall, es gibt wohl gerade jetzt einen Rechtsstreit zwischen Variety und Coppola. Was aber letztlich mit dem Film hier, zumindest was unsere Meinung oder meine Meinung angeht, nichts zu tun hat. Weil ganz ehrlich, wenn das ein guter Film ist, ist es ein guter Film. Und wenn dann rauskäme, Coppola hat sich unprofessionell verhalten, ja, dann ist es scheiße von ihm. Aber das ändert nichts an der Qualität des Films. Nur, dass jetzt leider, ich sagen muss, die Qualität des Films ist leider eher im niedrigen Bereich. Was mir noch einfällt, als ich aus dem Kino kam, war so mein Gedanke, ich meine, wir haben ja dieses Jahr schon ein anderes Alterswerk, eines wirklich großen, großen Namens, der alles andere als unumstritten ist, erlebt. Ich spreche natürlich hier von Roman Polanski und The Palace. Ich ja auch dieses Jahr hier besprochen habe, kann man sehr, sehr gerne reinhören. Man muss sagen, also auch so im Hinblick so auf große Namen, die sich dafür hergegeben haben, ähnelt sich das schon. Ich weiß nicht, ob ich, oh, es ist ganz schwierig, weil ich muss sagen, The Palace ist für mich eine absolute Katastrophe gewesen. Also eventuell auch wirklich mit der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe und wirklich auch beschämend für das Gesamtwerk von Polanski. Wobei man da noch sagen muss, ich bin mittlerweile so an dem Punkt, hatte ich ja, glaube ich, auch mal zu dir gemeint, an anderer Stelle, dass The Palace eventuell bewusst so beschissen ist und dass Polanski, weil er irgendwie mit seinem eigenen Status nicht mehr zufrieden ist, dass er halt einen Film gedreht hat, der so schlecht ist, dass nicht mal seine hartgesottensten Fanboys sich denn irgendwie schön reden können. Wenn du jetzt so einen Gedanken hier rüber trägst, wie würde sich das bei Megalopolis verhalten? Meinst du, Megalopolis könnte man theoretisch auch so lesen? Könnte man schon, aber bei mir ein großer Unterschied ist, glaube ich, bei The Palace ist einfach nur Roman Polanski dreht noch einen Film. Bei Megalopolis, das ist, das trägt halt Coppola seit Jahrzehnten mit sich rum. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ich würde, ich würde Palace, bei Palace wirkt auf jeden Fall mehr als eine Trotzreaktion, wie als Megalopolis. Ich glaube schon, dass Coppola in erster Hinsicht da schon versucht hat, was zu erschaffen, was ihn übersteht. Und vor allem, glaube ich, auch, dass er das, was in seinem Kopf war, endlich auf die Leinwand bringen wollte. Und zwar zu seinen Konditionen. Ja, definitiv. Und er war ja wirklich bereit, dafür alles zu tun, zumindest finanziell. Und The Palace ist einfach nur eine Trotzreaktion eines alten Mannes, der einer der größten und besten Regisseure war, mittlerweile. Wobei auch seine Inträge eigentlich ganz gut war. Der war toll. Der war toll. Aber, aber letztlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen beiden Filmen, ich würde Palace nochmal gucken, einfach weil er kürzer ist. Weil The Palace zumindest als normale Komödie noch irgendwie identifizierbar ist. Megalopolis bleibt einfach, egal wie du es drehst und wenn es ist, ein überkandidiertes Kunstwerk, was letztlich, glaube ich, nur entstanden ist, um einem einzigen Menschen zu gefallen, nämlich dem Künstler selbst. Ja, gut, das ist natürlich nicht ungewöhnlich bei Regisseuren. Das geht ja schon zurück auf Akira Kurosawa, der mal gesagt hat, ein Regisseur dreht einen Film in allererster Linie für sich selbst. Ja, hier hat es aber den Eindruck nur für sich selbst. Und ja, ich meine, ist ja schön, dass das Coppola jetzt irgendwie so diesen Brocken, den er jahrzehntelang mit sich rumgeschleppt hat, dass er den jetzt auch noch endlich in Steinen, also irgendwas, so Bildhauerei-mäßig, sage ich jetzt mal. Boah, ich kriege irgendwie keine ganzen Sätze heute raus, tut mir leid. Aber ja, das, also ich meine, ich war, ich kann es nur mal sagen, ich war wirklich sehr, sehr gespannt auf den. Ich fand, die Prämisse klang toll und unterm Strich ist es aber eigentlich, ich meine, es gibt ja diesen, ich bemühe jetzt einfach mal diesen Begriff, es gibt ja diesen Ausdruck Camp, ne? Also beispielsweise der erste Aquaman ist für mich der Inbegriff von Camp. Und der hier hätte das Potenzial, so vom Set-Design, von der Prämisse, teilweise auch von der Absurdität des Schauspiels, hätte er die Möglichkeit, das zu sein, aber er kriegt es nicht hin. Und deswegen, also ich, ich bin auch immer noch ratlos zu sagen, was dieser Film jetzt insgesamt sein soll, weil er ist kein richtiges Drama, er ist keine richtige, er ist, er ist keine Komödie, er ist auch, er wird ja immer so klassifiziert, das ist auch kein wirklicher Science-Fiction-Film, oder? Also, weil, das ist, das ist Genre-Kunst. Ja, das, so, so würde ich es einfach kategorisieren, das ist ein, ein Kunstwerk und das, pass auf, den Stellenwert als Kunstwerk würde ich diesem Film auch niemals nehmen wollen. Nein, nein, das nicht. Aber, aber es ist halt echt ein Kunstwerk im Museum, würde ich mir das eine Minute angucken und dann weitergehen. Es ist halt die Frage von, die, die gute alte Frage von, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, und ich glaube, die Frage, kann, ist das Kunst oder kann das weg, könnten wir, glaube ich, jetzt mal langsam beantworten, indem wir jetzt zu unserem Fazit kommen und ich, ich will ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil du ja bei unserer letzten Begegnung gesagt hast, dass du den Film vermutlich schon ein bisschen mehr verteidigen wirst, aber davon habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Moment, 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 ich habe positive Aspekte genannt, das Schauspiel war in Teilen nicht schlecht, das kostet, das Kostümdesign, das hatte schon was. Ja, 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 das hatte schon was. Das ist jetzt ungefähr so, als würde ich sagen, ja, aber die Schrift da im Abspann war ganz nett. Also, wie gesagt, der Film hat auch seine Qualitäten, Kostümdesign, gebe ich dir recht und solche Sachen und wir haben ja auch gesagt, die Effekte sind auch okay, aber das sind halt so Qualitäten, die man herausstellt, wenn man sonst nichts anderes zum herausstellen hat, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja, obwohl solche Aspekte sollten schon auch gewürdigt werden, ne, also, da haben wir hiermit getan und jetzt können wir zum Fazit kommen. Ja. Dominik, mach mal den Anfang. Warum ist für dich Megalopolis der beste Film des Jahres? Ja, er ist leider, leider, leider nichts für die Top Ten, sondern eher für die Flop Ten. Also, es ist wirklich ein, ja, ein kleiner Offenbarungseid, weil es steckt in diesem Film viel drin, was man von Coppola kennt und zum anderen fragt man sich, hat er irgendwo seinen Kunst- oder Filmstudenten von der Leine gelassen, der vielleicht schon immer so in ihm geschlummert hat, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ja, ein gescheitertes Projekt und vor allem auch kein Scheitern von der interessanten Sorte. Es wird sicherlich Leute geben, die dem was abgewinnen werden können, das sei denen auch gegönnt, aber ich war auch schon wirklich überrascht, als wir aus dem Kino kamen und das Echo wirklich einheilig, also nahezu einheilig negativ war, weil ich kann sagen, also wenn ein Film sehr polarisiert, dann ist mein Interesse eigentlich meist schon geweckt, es sei denn, es ist jetzt irgendwas von Marvel oder so und das hier ist ja, das muss man ja sagen, das ist ja kein typischer Blockbuster und es ist ja auch ein Film alter Schule von einem Auteur, der ja auch theoretisch schon längst keinem mehr was beweisen muss, aber er hatte anscheinend das Gefühl, dass er noch mal was beweisen muss, nach einigen, ja, schwierigen Jahren wahrscheinlich auch für ihn und ja, diese ewig langen Geburtswehen bei diesem Projekt haben sich leider nicht ausgezahlt und es ist, ja, es ist ein Film für alle und für niemanden, würde ich sagen, so ein bisschen und in erster Linie für Francis Ford Coppola selbst, der jetzt dann wahrscheinlich, ja, mit seinem nächsten Film dann vielleicht noch mal, keine Ahnung, was er da noch machen will, aber angenommen, das wäre jetzt hier sein Abschlusswerk, oh boy, ja, ich bin ratlos, wie man es merkt, ich würde auch nicht sagen, also da ist jetzt halt die Frage, ob man sich den im Kino ansehen sollte oder nicht, wenn man die Möglichkeit hat, wenn er euch interessiert, tut es, kann ich jetzt frei nach deinem Credo sagen, aber ob man den jetzt wirklich zwingend gesehen haben muss, sei mal dahingestellt, wenn er einen interessiert, go for it, aber es könnte sein, dass das ein sehr, sehr langer, wenn auch auf diese Art und Weise denkwürdiger Kino besucht wird und das war jetzt ein ebenso langes Fazit, deshalb, ich habe fertig. Mein Fazit, der Film ist nicht gut. Ja, damit wären wir durch bei Megalopolis und haben alles dazu gesagt, es tut mir in der Seele weh, wie gesagt, wie bei Dominik auch, ich hab mich auf den Film gefreut, ich war gespannt, aber ja, es ist einfach kein, für mich oder für uns kein guter Film und für mich auch kein besonders, ja, herausragendes Kunstwerk, aber wenn ihr euch den am 26. September, da läuft er nämlich in Deutschland, angucken wollt, dann bitte tut das, denn Kinos sind, können jede Eintrittskarte gebrauchen und hey, vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen. Wenn das der Fall ist oder ihr sagt, boah, ihr habt absolut recht, dann könnt ihr uns das mitteilen, wo könnt ihr das tun, unter anderem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de oder aber bei unserem Community-Server tele-stammtisch slash Discord, da könnt ihr uns auch Feedback geben, da könnt ihr uns Vorschläge machen, da könnt ihr mit uns plaudern und ganz vielen anderen netten Leuten, die da zugestoßen schon sind, über Serien, über Comics, über Filme, ihr könnt irgendwelche lustigen GIFs posten und sonst was und wenn ihr Megalopolis gesehen habt, dann sprecht Dominik und mich gerne an, wir sind gerne bereit, mit euch darüber auch noch ein bisschen zu diskutieren, falls ihr eine andere Meinung vertreten, was ja absolut verständlich ist, es ist einfach ein Film, der wird einfach spalten und Dominik und ich sind einfach bei dem Film dann eher auf der Seite der, ja, der Meckerköpf, sagen wir so, wie es ist, Meckerköpf, ja doch, bin ich öfters mal, stehe ich zu. Wir stehen dazu, ja, wir stehen dazu, Megalopolis, wie gesagt, von uns leider keine Empfehlung, aber man kann nicht immer alles haben. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Zeit, ob im Kino oder nicht, das liegt an euch, hoffentlich geht ihr ins Kino, Megalopolis, ja, vielleicht besser nicht, aber ansonsten noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, wenn auch immer jeder es hört, ich sage Tschüss und Dominik, dir gebührt das letzte Wort, alia jakta el, Angeber. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi. Aplausos 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 Untertitelung des ZDF, 2020